Musik Freunde, wir spielen heute eine Runde Skyport, ähm ja, dieser Server hat mir Cedrox gezeigt, ich werde es in deinem Kanal unten verlinken, in die Beschreibung, ähm ja, ich finde den Server schon cool, man kann hier Porte-Gang bauen, ähm, ja was kann ich sagen, kann man noch, ist jetzt so wie Skyport und ja, ähm, ihr könnt auch auf den Server spielen, ich mach den Server in der Beschreibung, und dann, ähm, und dann, was kann ich dann euch noch sagen, und bei 50 Abonnenten, wenn wir die erreicht haben, mach ich, ähm, mach ich, ähm, 50 Abos Special und da werden, ähm, zwei Teile kommen, aber das verrate ich euch noch nicht, ähm, ja nur, dass ihr schon mal Bescheid weiß, ist jetzt, sage ich mal, ein kleines Infovideo, es werden noch mehr Videos in der Zukunft kommen, nur, dass ihr schon mal wisst, denn das ist, erkläre ich euch nur noch kurz, wie man, was man alles auf dem Server machen kann, und man kann auf dem Server mit Freunden spielen, ich weiß jetzt nicht, wie viel, ähm, ja, den kann man hier schön erfahren, man bekommt am Anfang, ähm, eine Steinspitzhacke, und dann muss man so eine Kiste finden, wie, die, Beispiel, die da hinten, die hab ich schon gelootet, oder die, und, der Server macht auch richtig viel Bock mit seinen Freunden, ähm, ja, das war's denn erstmal, und, dann sage ich erstmal so euch, Ciao! Ciao! Ciao!